Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier etwas bemerkt, ja, was sich in Europa abspielt. So ist es nun mal. Ja, und dafür haben wir hier eine kleine Tonaufbereitung für Sie, der Information, ja, und wir lassen das die Europamacher wissen. Das ist es, ja, ne, und zum 17.05.2019 tun wir das. So ist es nun einmal. Ja, dann gehen wir in den Ton. Wunderbar. So, Sie sagen, Sie finden es merkwürdig, dass die deutschen Europamacher, dass die in ihrem Wahlkampf alle Englisch sprechen. Wie geht denn das? Im Wahlkampf, alle Englisch. Wie geht denn das? Ja, das ist es. Diese Leute sind Idiots. Ich bin German. Es ist kein Problem für mich, dass ich ein German bin, you know. Aber diese Idiots machen ihre Voting-Fights oder was sie machen. Was ist das? Do they really something for Germany? They speak English. They do anything for England. But never for Germany. I'm a German. Let me know these idiots that. Come to Berlin, here. To my hometown. I'm German. You fucking idiots of Europe I'm German Ja, sie sprechen Deutsch und sie wollen nicht, dass das alles da englisch gemacht wird das ganze Europa nur noch englisch was soll denn das das kann ja auch nicht sein so jetzt haben wir denen das wissen lassen Yes We are German und wir sprechen Deutsch so ist das nun einmal nicht in Europa England spricht Englisch und Deutschland spricht Deutsch so ist das nun einmal Aber die sprechen immer wieder Englisch im Europawahlkampf das sind doch komische Leute These guys are English people not Germans You know It's a fake It's a fake voting for Germany Fake always fake a national englisch fake That's it? Ah, das ist es nun mal Sie betrügen uns Wer hätte das gedacht? Der Nationalbetrug in Deutschland Schrecklich sowas aber auch That's it? Assaults Genau I have enough words for them And my shenny For blocking my shenny For censoring my shenny Yes Ah, das ist schlimm Das wird uns alles wegzensiert Das wissen wir So Und dafür gehen wir jetzt hier mal raus und sagen Diesen Idioten sollen sie doch mal aufhören den Wahlkampf da in englischer Sprache zu vollziehen Wir sind doch hier Deutsche We are Germans Oh, das ist doch nun mal so Die sind so blöde Die können kein Deutsch Yes That's it They are not able Not able to speak German They are disabled That's it Completely disabled Ja, das ist so Ich glaube das auch Ja Sollen sie sich das übersetzen Was wir gesagt haben Aber ich sag es auch Sie sind doch behindert That's it They are disabled Ja, das sind sie Weil sie verrückt sind Yes Crazy Ja, das sind sie Ja, natürlich sind sie das So, wir gehen nochmal raus hier Ja, das wird sonst zu viel Das wird bestimmt alles gesperrt Alles, alles Weil wir eine Meinung haben Wir sind der Meinung Dass man den Europawahlkampf Auf Deutsch zu tätigen hat Yes Yes Ja Und weil das so ist Kann es nicht anders sein Als dass wir es gesagt haben Und dafür gehen wir jetzt hier mal raus Wir danken Ihnen fürs Zuhören Besten Tag für Sie Ihre Berliner Ecke Ihr Sprachfunk Das ist eine weiße Ja, bitte Unterschied Untertitelung des ZDF, 2020